... ... Franz... ... Yo yo yo... Andy, Andy, wollen wir Freunde sein? Dann könnt ihr auch zusammen in die Buddelkiste gehen zum Spielen. Jawoll! Dann kann man abtauschen. Schade, sei lieb zu anderen Kindern. Ja, komm! Erstmal so, jetzt hallo und herzlich willkommen zu Vitrogaming. Wir spielen heute wieder Once Human. Ich war der Meinung, ich gehe mal gleich in Discord, weil ich ein bisschen spät dran bin. Aber da war es nicht möglich, die Eröffnung zu machen. So, wir legen gleich los. Wir sind zugeschaltet wieder einmal auf TikTok und auf Twitch. Ich muss noch kurz bei TikTok hinterlegen. Zweiter Screen kaputt. Chat und Cam. auf Twitch.tv Äh, ja. So, und wir schalten jetzt Discord. Ja, ich habe den Stream noch nicht begonnen und wollte ihn in Discord beginnen und das war nicht möglich, weil alle durcheinander gesprochen haben, also bin ich kurz raus. sowas habe ich gesagt das ist das gleiche gesagt ich bin gleich bei dir ich muss jetzt erstmal weglaufen weil ich bin maßlos überfordert so hatten wir nicht gewettet bro ohne scheiß man lockt sich ein und ist erst mal 180 180er puls ich glaube jetzt ist die kommen nicht gleich tot gleich tot gleich tot was war das woher ok ich will den iceperk wiederhaben ich will den hast wenn du die außen fest wiederhaben die ich in der beta hat der hört nicht auf der dude hört nicht auf kein problem mach ja wie jetzt so jetzt ist er jetzt 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 kann ich zuhören so tschuldigung also du hast was gesagt verstehe ich das gesagt das wahrscheinlich genau das gleiche gesagt oder dass ich halt draus bin weil alle quatschen ich hab gesagt du musst dann wahrscheinlich noch tiki toki ansage machen und jes genau so links ansage machen jep 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 was ich jetzt mach mal so kalibrieren ah stimmt ich muss ja erst was was geht bei dir überhaupt von der euch ja nichts was los wenn gerade bist du mit ab du am schreiben bei ab doch so eine baby katzen status getan hat und er geschrieben bei interesse bitte melden okay okay und bei mir geht eigentlich nichts viel wohl in audio habe ich dir schon gesagt ich bin zu andy und seiner frau auf den standabteil hingezogen okay das habe ich nicht gehört ja story habe ich ein bisschen weiter gespielt aber ich muss eben wenn du die story weiter spielst muss ich eben mit dir damit ich bin jetzt gerade ich bin jetzt gerade bei broken und macht da die mission also level 8 gebiet ich weiß nicht was du hast welches level hast du jetzt momentan 14 15 naja dann ist noch ist noch ein gutes stück ding abstand aber es ist jetzt mit andy und seiner frau ich war ja am führer geld deswegen ja bei mir steht das nächste mal mit dieser freunde das ist hier wird es mir nicht mal angezeigt auf der map ihr seid nicht mehr im gleichen team meinst du ja süß geschäftsessel freigeschaltet dann machen wir deine übertragung bist du in der base ja übertragung ist noch an ja äh dann installiere das spiel ok gehen die base wenn nicht die sind zu deiner waffenwerkbank so jetzt geh rein so jetzt gehst du auf ja kalibrieren musst du schon bestätigen ja ja für weitere geh mal oben links auf rüstung über deine waffe links 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 ja seppow was geht ab danke dir für deine rosen zumal hergestellt die wisten warte hast du sie auch ausgerüstet angezogen ja chillig geh auf hause großartig die muss ich noch herstellen geh mal raus da geh mal raus also bis bei der wegbank geh mal öffne dein elementar mhm waffen und ausrüstungskisten fehlen mir noch hier in der gegend ja geh mal auf helm ok hast du nur den helm zurück lange maske ok hast du schon mal die bessere an geh raus geh auf händschuhe deine ganze rüstung ist dann fast am arsch geh auf schuhe ja ok die ist genau deine rüstung ist dann fast am arsch also bin die innere dann rüst keine rüst nur loswerblich na da ist die bessere cd ja das ist viel trocken machbar geh zurück so jetzt gehen wir an die zerkleinere hm ok jetzt gehst du oben auf ausrüstung ja alles auswählen zerlegen zerlegen das brauche ich alles brauche ich den waffen nicht du kannst zwei ak's zerstören einmal die schwächste und einmal die mittel schwächere oder gar du kannst auch alle drei wenn du da die dinge schon hast ok ja ja hm so jetzt gehst du auf herstellung jetzt guckst du mal bei ausrüstung also bei ausrüstung beim herstellung welche davon besser ist von den werten so großteil glaube ich schon mal besser wenn du die blaue herstellst auch nicht viel jo ich habe nach wie vor keinen zweiten bildschirm deswegen kann ich den tik tok chat nicht mit verfolgen nur wenn ich mal kurz stehen bleibt aber das unterbricht dann auch den flow also wenn es ist schreibt mir gerne auf twitch die schuhe ja 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 oder so ja 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 guck mal die anderen sachen ja 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 ich habe heute schon geschrieben wäre so zu mir ja bruder kommst du zocken ich so ja ich will uns jungen oder seitdem schreibt er nicht mehr zurück ja die untersuchen das ist auch wieder nur alleine ich bin nur zur base, habe mir eine ausrüstung gemacht ich muss zu max ich auch tcf kommst du zu uns mit deiner base, auch mega cool du kannst es so einstellen, dass du einfach ein haus dann von selbst bauen kannst du klickst dann einfach drauf und dann bauen ja fertig lass mich erstmal aufholen, weil du greifst ziemlich weit vor bis ich so weit bin, dass ich es sich rentiert umzuziehen, kann es schon sein, dass ihr wieder woanders hingezogen seid deswegen kann es macht keinen sinn des zu beantworten auch umgezogen ich war auch level 8,9 wo ich umgezogen bin wir sind ja trotzdem noch im anfängergebiet ja ich bin ja eh nicht in meiner base, also von dem ist es eh wurscht jetzt, weißt was ich meine, wenn es soweit ist, dann kann dann dann ziehe ich bestimmt irgendwie da wohin, wo ihr seid aber drüber zu reden, ist da glaube ich wenig sinnvoll ja, was heißt du bist nicht in deiner base, wann machst du deine ausrüstung ja, muss ich erstmal hier diese, diese, diese kacke fertig machen und wenn, dann gehe ich nur kurz hin, mache mir Munition und gehe wieder raus also von dem her, ich baue ja nicht rum oder so, weißt was ich meine ja, neun oder so, deswegen, ich habe noch nicht die ganze ausrüstung, ich brauche die ganzen materialien wenn ich das alles habe und so, und dann gehe ich zur base und will das machen und dann kann ich auch gleich umziehen, aber jetzt zu unterbrechen, was ich mache wäre einfach total sinnlos weil es nur dann noch länger dauert, bis ich dann soweit bin, dass ich umziehen kann oh, jetzt geht's mal weg hier äh, Level, wo sehe ich das, warte ja egal, ich muss mich schweren, erstmal auf jeden Fall, ich bin so schwach, ich muss gegen Level 8 Viecher immer noch zwei Schläge mit der Nachkampfwaffe machen bitte gegen Level 8 ach, Quatsch nicht ach, Quatsch nicht what ach, Quatsch nicht 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 nur noch eine ausrüstungsküste damit ich hier wieder mit dem ist fertig ist das ich muss mal von was sind los mit ihr kletter jetzt wahnsinn ja spart aus dem nix tschüss was war das denn jetzt habe ich die aufgabe reich der albträume begibt ich nach iron river und such nach hinweisen zum gray water camp hört mal auf jetzt echt ich habe nur noch einen schuss noch einen schuss sniper muni mir fehlt alles mir fehlt einfach alles ich muss abbrechen aber mir fehlt eine scheiß kiste bloß man lässt mich das bitte mein spiel ist gestern einfach gestürzt naja bei dir auch gestern habe ich mich eingeloggt und dann sagt er zu mir so ja du bist nicht mit der cloud signal synchronisiert jetzt zu spielen kann zur wirkung haben dass du deinen alten spielstand verlierst aber du hattest keine wahl was anderes zu drücken als abbrechen also habe ich irgendwann mal okay gedrückt hat aber dann funktioniert ich habe gar keine pfeile abbrechen 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 aber braunen ohne die kleine hat für die arschkarte wir haben ja nächste woche projekt woche die letzten fünf tage sie hat sich ja eigentlich für wirtschaftslehre eingetragen sie muss schwimmen gehen so level 10 bin ich jetzt mission abgeschlossen habt ihr inzwischen eure skins erhalten wer weiß ja noch nicht zu seinem glück einmal im monat kennst du das game rust ich glaube nicht ich glaube ich habe noch mal einen trailer gesehen und ich glaube das kostet was auf jeden fall dort ist es so einmal im monat werden alle server auf null gesetzt chancengleichheit dann die spiele auch oder was du behältst dein zeug zum großteil außer dein level und diverse andere kleinigkeiten die denke ich mal das so ist das heißt du kriegst dann und das heißt du wirst ein eck wird dann quasi ich weiß es nicht ob der equip also rüstung in waffen und für die welt und sich das kennst behältst du auf jeden fall die du dir vorher herum hast und so weiter was quests die du schon abgeschlossen hast sagen wir mal die story quest aber in vereinfachen du musst nicht mehr so lange so besser sich ja muss man gucken was wirklich übrig bleibt und ob es sich dann noch eventiert zu spielen oder nicht ganz einfach weil das spiel ist zwar schon cool weiß aber es ist jetzt nicht so dass man so die bauplan ja von einer fertigen base erstellen und speichern dann genau in diesem bauplan kannst du dann auch mitnehmen wenn du dann selber weiter so zu sagen ok aber die grundstruktur auf jeden fall gut zu wissen gut zu wissen ja das ding ist halt das spiel ist zwar schon gut grafik und gameplay und alles aber so gut dass du sagst ja ich muss das jetzt fast wie eine heilige angelegenheit weißt du wie eine heilige angelegenheit handhaben und das ist hier jedes mal spielen und fanboy und keine ahnung ja brownie also so nee und da bin ich eh vom typ heraus weißt was ich mein ich glaube ich habe den ones human server vor einiger zeit verlassen weil ich zu einfach zu viele in unserem Discord Chat in unserem Discord Chat ah ok das muss ich später schauen weiß ich laufe die ganze zeit zu meinen missions zielen 200 300 meter irgendwann mal denke ich mir so du kriegst ja nicht mehr irgendwie ep oder der ausdauer boost oder sonst was wofür hast du motorrad jetzt bin ich innerhalb von zehn sekunden einfach hinbekommen oder total nervig oh gott es ist diese ok der ist nicht da wie ging es mit dem teddybären ich bin jetzt bei den teddybären du musst in dem bereich suchen wo der teddybär versteckt ist und den allein platzieren aber da sind die ganzen teddybären sind also also ich muss jetzt hier suchen nach dem teddybären und dann zu dem kreis zurück oder was ja ja hat schon einen und dann wieder zurück dahin und dann da reinlegen ja man könnte das auch mal ausschreiben weißt du was ich meine selbstständig handeln ne ja es war aber wenn du hingehst und da steht nehmen oder so das stand ja da das ist da verwirrend was ist los hast du windows update gemacht schon wieder abgestürzt oder was ich hatte heute windows update ja dann stelle ich mich mal auch drauf aber das auch ich aber nicht denn mit ja ich wäre jetzt gerade in der base wenn es nicht zu lange dauert und die nicht so weit weg seit dann kann ich ja ganz kurz mal umziehen denn die fläche wo seid ihr wenn du die karte öffnest viel weiter südlich also südliche ebene ja da ist doch immer meyers market also das andere tropfen mit halbem zahnrad ding und unten drunter ist ja diese küste und küste ja da wo wir den bieber gesammelt haben ja ja da unten an dieser längeren strand zunge ja die gehe ich sie heute nicht um es ganz voll klicken ich habe da noch gar nichts freigeschaltet zum importen dass ich müsste es alles fahren nee ja das dauert zu lange ist aber zu lange auf dem weg bei dem ernst ja mal gucken ich erholen macht das bis gleich so jungs da bin ich wieder ich bin bloß nebenbei mit ab und telefonieren ist kein problem ist weil du bist und das soll ich meine netze für mich ist das kein problem nee was hast du gesagt hab du ist okay aber doch für mich ist da kommt doch im discord mit rein viel sinnvoller und besser ja brauche du kannst du nebenbei auch das im discord reingehen das ist das gleiche system als ob du mit mittelefon ist muss dass ich dann nicht bei headset und telefon reden muss ich küsse sein herz habibo ok wo bist du habibo ich bin gerade in der base ok ich habe gerade eine teddy werden mission gemacht also ich bin nach und wirklich nicht weit wie gesagt aber auch einiges zu erledigen andy und seine frau sind die noch da oder raussmoken wieso das ja wo bist du dagegen gefahren so jetzt dass wir überlegen also die handschuhe und die schuhe noch warum leuchtet das habe ich was dann dann müssen wir bloß noch schauen dass ich dich die anderen zwei siehe nee hör mal auf jetzt da ähm gegen das brau ich schicke mal kurz abdruck nochmal weil abdruck bräuchte was 249 das wäre schon 171 171 171 so wagen hier auf hier 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 da serious fricken kidding so eine da wo ich doch geschrieben habe ich die eine kiste nicht gefunden habe ich habe zweieinhalb stunden diese kiste gefunden hat ich glaube das ist bevor du den ersten boss zerlegt aber wenn du boss hat komme ich dann auch nicht alles easy weil es easy ich muss jetzt wäre eine neue nahkampfwaffe kraften erst machen und dann wird das ganze schon ein bisschen besser werden weil momentan ist ein bisschen unleidlich und money brauche ich noch ach komm ist mein tank schon wieder leer kannst du herstellen mit den ganzen herstellen und so ich würde sagen das spiel in dem spiel hast du sehr sehr viel oder fast alles herstellen eigentlich ich brauche holz beziehungsweise kohle ich muss mir im bieber besorgen bieber botze man ja doch ja doch ja doch es wäre schon sinnvoll ich kann ja dem brauche ich glaube ich sie wirklich zu euch runter wie es gerade eingefallen nicht eingefallen sondern ich bei mir hängt jetzt ein bisschen so an der kohle und die kohle kriege ich durch holz chill mal der kotz und dafür brauche ich den bieber also da könnte ich das gleich erledigen was da wenn ich sonst erziehe ich war damit ab du auf das kopf befreundet könnte denn eine einladung zum server schicken ich bin auch nicht mit dem gefreut ja wenn er mich in der liste soll er mich kurz anschreiben ab du wenn du ihn in der liste solltest ihn kurz anschreiben wir besorgen an die antworten schreit sich hat gegenseitig an hatte schon lange ja vier nachrichten direkt wait a second was weiterentwickelte werkbank aber wenn ich jetzt verkackt habe ich habe dort ein rohpunkt visier gekauft aber wie kann ich das ausrüsten ja es geht nur auf bestimmten waffen du gehst in dein inventar zu deinen waffen ausrüstung dann machst du rechtsklick auf deine waffe dann hast du ja ganz oben die ganzen reuter mords zubehör kosmetik inhalte was ist mit vier nachrichten von von ja das kino das wird zum einkaufszentrum ja voll ich streame bei bei discord äh ne nicht bei discord das ist kein team bei discord ich stream auf tiki und auf twitch jungs ich sag's euch warte warte das geht das geht mehr so an daniela und an andy jungs oder mehr an daniela dieses die ich jetzt habe wenn ich das spiel so antworten diese gefühle wieder auf und wenn ihr das jetzt alles gleichzeitig am zocken seid ja dann hat es ärger ich lass mich doch nicht verarschen von euch das gehen ab da rennt man den monate hinterher nur am ende habe ich es ausversehen gelöscht deinstalliert ausversehen deinstalliert gibt dir was ich da runter geschluckt habe ausversehen deinstalliert bitte ja kann ja mal ausversehen passieren ja bruder nur bei dir du bist der einzige bei dem das ausversehen passiert und dem glaube ich du hast noch keiner wenn du voll in rage bist und alles deinstallierst was du zum deinstallieren hast ja ist ja nicht so dass dir jemand donatisch von tagtäglich hinterher gerannt ist weil man endlich spielen würde oder und jedes heißt später morgen später aber egal ist schön dass ihr es geschafft habt zumindest wie nachtragen naja was heißt nachtragen das ist eine frische wunde er hat ja immer noch nicht mit ihr gespielt vor allem hat er auch nicht alleine gespielt deswegen das game sieht einfach ein ja natürlich ich habe das game nicht mehr gespielt seitdem äh ne es ist nicht wie state of decay du kannst da keinerlei crew oder sonstiges bilden du spielst einzelspieler fertig ja aber ansonsten sieht es ganz ähnlich aus ne ja dann kannst du ja nie wieder irgendein video spiel das mit der engine gemacht ist äh mit derselben engine gemachtes spielen apropos crew machen wir noch ne crew damit ich euch seh auf karte ich dachte das geht nicht doch das geht er ist funny er weiß was ich meine es passt schon ich weiß nicht auf decay konntest du doch npcs hinzufügen andy da konntest du doch so eine ganze weißt du ganz viele charaktere spielen und alles oh das sales of decay 2 ist schon ein geiles voll ich habe letztens gelesen dass das 3 herauskommen soll ohne schätze sobald es rauskommt werde ich mir überlegen ist mir zu also ich werde mir neue freunde dann suchen den ich hinterher laufen kann ja die wir könnten hier zusammenspielen aber du hast gar keine konsole ja bruder du bist du bist der vater von daniela was das betrifft ok ich weiß nicht ob ich spiele ich schaue mal wenn ich mich hinlege oder so und am ende ruft er ist tot gefühlt eben ok aber hey habt ihr schon den neuen bad boys film gesehen nö ok ich gebe euch später bescheid wie er war ok schaust du ihn heute oder was ja ja ich guck laufen eine stunde mal hin und gucken ich kann das game grad nicht spielen warum ich kamer er kommt aus dem backrooms kamer ja warum antwort mir halt nicht dann hier los zickt sie jetzt oder was ne die ihr headset spinnt ok ok ich dachte er hätte wieder die härtanziehungskraft angezogen und die ist kurz verschwunden nice not bad so Arthur kriegt jetzt ne katze ne das baby kann dir das was du gepostet hast oder was jetzt wir gehen aber er hat da nur eine er braucht zwei das ist die immer allein zu hause die sind geschwister diese super drei gärten bitte nein du nicht was was ist jetzt also bei arthur hat keinen bock auf geschwister die ja dann einen wo er dem einen das antun muss zu sterilisieren oder sowas so hat mein aim geschrieben ich weiß gar nicht was war die antwort darauf behindert ist nee so irgendwas anderes ach ey jetzt weiß ichs wieder warte 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 so war das genau so war das ja das ding ist ich kann nicht in den chat ich sehe den chat nicht von tiktok außer ich halte mal kurz das spiel dann so wie gerade ich brauchte den zweiten display dann geht es wieder besser aber Oder man braucht so ein Programm wie bei Twitch hier, dass wenn jemand schreibt, dass mir das einfach auf dem Screen mitten im Game erscheint. Oder du stellst dein iPad darauf ein und stellst es dir nebenbei hin. Mein iPad hat den Geist eigentlich mehr oder weniger aufgegeben. Es ist noch gut, um irgendwelche Sachen zu projizieren. Nicht zum Spielen, aber anschauen. Warum nicht? Würde ich schon hinstellen unter dem Bildschirm. Nee, nee, das ist wegen der Akku-Problematik. Das Ding ist nicht wirklich nützlich. Egal, lass mich einmal mit anstecken. Ich habe kein Ladekabel, das Ding ist seit über zwei Monaten nicht aufgeladen worden. Das hat immer einen Lebensdauer von 20 Minuten gefühlt. Das ist zu alt. Weißt du, ich bin zu T die Letzten und habe für meine iPods-Liecher zerfrieben. Welchen Anschluss haben wir dein iPad? Für drei Euro ein Kabel geholt. War der auch da? Ich bin von PC auf Lightning. Konntest du den auch haben? Karim, wo treibst du dich überhaupt drum? Warum schaue ich dir überhaupt zu, wie du abfallst? Bruder, ich bin in meiner Belschau. Da ist schon mein Haus. Und das ist meine Garage. Schöne Garage. Und da oben, da ist Daniela sein Haus, da ist Ani sein Haus. Hast du gerade Daniela sein Haus gesagt? Ey, er darf nicht drüber allokieren. Bro, 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 bro. Okay, und was machst du jetzt bei Daniela sein Haus? Ja, dann geht er weg. Nein, weil ich das Ding da brauch. Ach, der klaut auch bei Erz. Daniela! Alarm! 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 Ich würde sagen, ist das ein Baum oder was? Bäume ist vorne. Nein, das hat das Sillerz. Jetzt hat das Sillerz aus Blacks Wands Territorium geklaut. Ja. Ich sollte die Once Human Polizei spielen. What the fuck? Ups, Entschuldigung. Das darf man noch. Bro, Alter, wenn du mich weiter bei den Leuten weglästig, dann kannst du einfach mal Übergragung beenden. Dann kannst du mal schauen, wie ich spiele. Schau mal, schau mal jetzt, für wen soll das eine Strafe sein, wenn du deine Übertragung beendest? Ich wollte gerade sagen, es würde mir besser tun, wenn ich den nicht zuschauen würde. Dann könnte ich mal zu was Wichtigen kommen, wie so zu TK Stream oder so. Keine Hake sagt, du, doch schau mir zu. Der Übergang von TK, die Transition von TK zu Vigra, die findet schwierig statt bei euch, ne? Jeder einzelne von euch heute in der Session. Du bist jetzt der Dritte. Jeder einzelne. Ich hätte fast was anderes gesagt. Ich weiß schon, das habe ich schon gemerkt. I caught that, actually. Ja, eben, eigentlich Hut ab, dass ich noch dran gedacht habe. Schau mal, wie er sich selbst komplimentet, Digga, weil es kein anderer macht. Ja, natürlich. Hut ab, ja, Digga, lass den Hut ruhig auf. Ich sag's dir, wie's ist. Brauchst du nicht. Ich habe keinen Hut, weil ich so krass bin, dass er nie wieder drauf kam. Du trägst einen Hut, damit es nicht reinregelt in deinen Kopf. Gell? Den würde ich aber auch vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Ach, du bist so eine Enzyklopädie an Witz. Das ist der Wahnsinn. Geh. Ach. Ich liebe meinen Humor. Bruder, das passt so gut wie der Humor von meinem Prof. Das hat er letztens eigentlich rausgehauen. Und ja, als nächstes reden wir über Helikopter-Eltern, als ob wir jetzt mit Helikoptern über euch reden würden. Und alle, alle haben so ein geistiges Face-Porn gehabt. So einfach, du hast dieses Klatschen imaginär gehört. Das Geist war aber, wie selbstgerecht er das. Und er hat selber über sich eingeladen. Ja, okay, das ist cool. Das ist so cool. Er hat einen Selbstvertrauen. Das ist der Wahnsinn. Und ich feier den so hart, weil ich bin der Einzige, der seine Witze witzig findet. Der Einzige, der seine Witze witzig findet? Ja, voll, weil sein Humor einfach so low ist. Erinnert mich an Post-Zeiten, wo ich meine Competition gestartet habe. Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Aber bist du bei Andi auch gut bedient? Wie? Hey, wer von euch kennt sich mit Kalibrieren aus? Andi? Was musst du denn kalibrieren? Ich bin gleich wieder da. Meine Waffe aus dem Game. Ah, okay, vergiss es. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, unten, unten. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Jogi Karin, warum fährst du gegen? Egal. Okay, alright, ich fahre in den Süden. Die Sonne hinterher. Nein, Spaß. Hey, wo was geht? Hey, wo was geht? Ja, Mann. Äh, was ging jetzt los, ey? So, ähm. Ich habe schon mal wieder Detective Conan geguckt und da kam die Titelmelodie mit. Oh Gott, die Liebe kann nicht warten. Oh Gott, hör auf. Ja, die, 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 die ist auch schlecht, die Version, die Version ist auch schlecht. Die ist so ultra schlecht, aber so catchy. Na, aber so cringe, nee, sogar. Und da, 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 der sich fast permanent drauf und runter abspielt, das ist so nice. Ja, nice. Ja, ich wollte gerade sagen, das auch. Ja. Nee. So, äh, King Karimus. Ich füge dich jetzt mal kurz ins Team zu. Äh, zum Team zu. Die sind übrigens immer nur vorübergehend, ab du. Das, was Karim meint, das, was Karim meint, ist, äh, Hives und Hives haben wir nicht auch noch nicht gemacht, äh, Freunde hier. Auf jeden Fall, ähm, du kannst mir dann gleich, ah, Skokio, hier bist du. So. Er hat, er hat, er hat, er hat, er hat, er hat, er hat nicht, er hat nicht gesehen, er ist halt voll blind, wenn er spielt. Und er hat halt nicht gecheckt, dass in seinem Profilnamen dieser Name stand und hat's einfach bestätigt. Weil es so ein random Name war, der, ja. Weißt du, genau deshalb glaube ich ihm, dass er unabsichtlich ein Spiel deinstalliert, weißt? Ja, auf jeden Fall, markier mir mal, markier mir mal, wo, markier mir mal, wo das Lager ist, das neue, dann zieh ich zu euch. Junge, was, was, was bringst du da um, was sind denn das für Viecher, Karim, das sind ja, die Lager, das sind ja, die Lager, das sind ja nice aus. Please, fliegen, bro. Bruder, warum hast du dich nicht mit denen angefreundet? Die hätten mir helfen können, die hatten Skills. Ich hab jetzt schon, Bruder, reicht schon, Bruder, dass ich mich mit einer Fliege in meinem Leben angefangen habe. Doch, ernsthaft, ihr? Hör auf. Hör auf. Hab gesagt, du darfst dein Spiegel mit mir nicht mitbekommen gehen. Mein Spiel ist buggy, ich glaub's nicht. Verkackt. Tja, mein Freund, damit du Bescheid weißt, die Liebe kann nicht warten. Zigerauf. Bistau. Spaghetti, never forgetty. Die ganzen Spiegel-Tankchen sind drauf. Aber siehst du meine Markierung, Boah? Wir kämpfen Zecki mit Pinzetti. So, was? Oh. Ich hab meine Markierung. Äh, ja. Alter, ganz im Süden. Was? Siehst du meine Markierung, ja? Na, ta'ala. Hör auf, Digga, nicht dein Ernst. Äh. Ja, Algorithmus, Alter, ist schon... Ich bekomm nur, ja, Dreck einfach mega näffig geworden. Ich glaub, deswegen bin ich kein Trend, Mensch. Ich hab ziemlich schnell Langeweile von so einem Mist. Naja, das ist so ein Thema, da ist alles verloren, aber was willst du da machen? Na, na, aber eh, es geht, ob dieses Thema oder andere Themen ist immer das Gleiche. Es ist so, weißt du, es ist schön, es ist lustig, wenn man mal kurz drüber gelacht hat, aber auf Dauer. Ja, das Leben bewegt sich zu schnell, um da irgendwie stehen zu bleiben bei sowas. Tja, die Liebe kann nicht warten, mein Freund. Genauso ist es, genau so ist es, das wollte ich grad sagen, die Liebe kann nicht warten. Nicht warten! Oh, tut... Dunkelwahn, nein, Dunkelwahn, die Nacht, ich bin zu dir, ich bin zu dir, ich bin schuldig. Was zur Hölle her, ich kenn den Text nicht und das... Muss ich auch nicht ändern, muss ich sagen. Und dann kochen, lasst ich es immer abspielen. Und dann irgendwann dreht sich das ein. Aua, ich hab mir selber... Oh man! thank you for your follow me out appreciate it not much what's up with you so arbeiten jetzt an public relations tik tok auch noch mal vorbeistrahlen die tasche auch noch mal grüße gehen raus an meinen schlüsseldienst erdung hier in karlsruhe wenn ab du auf der alarm macht ich muss ich muss mich nur ein und ausloggen der mann andy bist du da ja 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 nein nicht du das weißt du was habe ich denn gesagt ich weiß auch nicht mehr egal was und irgendwas vom vogel okay der vogel fällt nicht weit vom stamm nein 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 der frühe apfel fängt den wurm macht auch sinn ja der apfel der früher wächst wird vom wurm zuerst gegessen so fertig neue weisheiten 2024 day is going great thank you how about yours und dann kommt gleich warum willst du die dbd ist schon okay ich weiß woraus hinausläuft geschäftsvorschlag am samstag ich glaube ich lasse dir den vortritt in der hinsicht aber glücklichen so ein badambadambadam jungen jetzt habe ich das falsche über die was das falsche was an denen und warum überweist du sachen ohne mir wird davor bescheid zu geben überweisen wir auch was ich weiß gar nicht irgendeine wasche hat er gehabt was hat er gesagt war kein ihm weißt du es noch dass ich überlegen war irgendwas mit rocket nee 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 dass ich ihm geld überweisen soll irgendwie so er versucht geld zu machen aber ich weiß nicht mehr wie aber so halt auf spaß und dann hat es bei kelly auch gemacht so kostet zwei euro ich weiß es nicht mehr damit man schade es war so von immer hat aber egal egal passt schon ok 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 wenn ich meine kontaktlinse zu weit nach links schiebe dann sitzt sie nicht mehr über meinem auge obwohl sie auf meinem auge sind gut das habe ich mir gemerkt sieg daran dass du behindert bin gefallen tik tok ban incoming mal wieder ich warte gleich stumm ja das ist ein anderer song für die liebe kann nicht na warte 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 wie war das wie war das warte warte tik tok sportlich tik tok sportlich hat der gesagt was man sagen dann passiert nix ist jetzt jetzt es ist gerade gemacht wieso bist du gerade einfach gegen die seite dieser brücke gefahren ich wollte wissen wie realistisch das spiel ist ob ich dann von der brücke gefahren oder nicht ab du wenn du lange weile hast kannst du auch in den stream bei twitch reingucken dann siehst du was ich total ja weil es bei dir ist ja ist ja ist ja okay das ist angesagt und angebracht dabei ist einfach nur witzig die geld trägt nämlich was mein lieblingsspiel ist ja das ist immer die selbe masche und dann kann irgendwas ähnliches dann machen die hier einen auf gemeinsamkeiten die man gefunden hat und dann machen sie den geschäftsvorschlag ja was wollen die versicherung andrehen mega nervig meine zeit und sage einfach ja ich habe gehört da braucht jemand noch eine katze ich habe noch eine katze weg zu geben kostet nur 100 euro wenn man nicht 200 zahlen möchte er eben fahr doch das red zusammen machen der armen unschuldigen fischer hier die mit offenem armen auf dich auch zu laufen bei einem moment eines zu einem klang bis vor allem aus der schulden die die fans die fans und sein die fans und sein in diesen reiten mädchen ich habe keine lust mehr gemühe zu geben mit einer antwort die sowieso für einen gespräch zu tun das zum nichts führt dann ignoriert die war deswegen hast du kein deswegen streifst du nicht mehr ich bin gerade um vorbereiten wieder live zu gehen ja mit der einstellung mit der einstellung kommt aber nicht weiter ich weiß es auch voll der scherz der irger was einfach bullshit wo ich sag dir zu meinem prof als er gesagt hat ja das mit links und so da bei den einstellungen sind es mehr danke dir für deine rosen er hat schon wieder drei rosen verteilt hier wer 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 danke für deine rosen siehst du und jetzt verlegt sich die person jetzt wirklich die person ja okay cool wenn es dir nichts ausmacht würde ich gerne meine kunst vorstellen darf ich da was ein posten wie gesagt hier wer was sieht die zahl so so na na thanks man i'm good i'm good on that thank you i appreciate it so dass man seine wand maler rein zeigen ja gegen ein abonnent wenn du dich abonniert kann es ja dann muss er mich auf tiktok abonnieren 1000 euro donation dann machst du das zeigen oder ich mach das sogar für 999 donation ok wir machen einen markplatz auch es ist so schön wenn ich hier so richtige geschäftsfälle neben mir ja passt schon die geht schon wie gesagt schreibt mir durch auf twitch ich habe mein zweiter bildschirm ist kaputt deswegen muss ich immer umschalten und wenn ich spiele dann sagt er mir aber den twitch wenigstens an wenn was kommt deswegen wenn mal das dauert mit antworten auf tik tok dann tut es mir leid aber das liegt dann daran josef siehst du jetzt sehe ich den texte gibt jetzt sehe ich den text direkt zu meinem stream da steht hallo die story legends ich denke so nice schön kann ich lesen und laufen nein warte hat er sich ein destroy leipzig gelassen ja den namen gegeben hast du mir den namen ausspricht der sprich den it is for legends aus er war hat ein bayer ist er ist ein bayerischer das soll ja auch mal online kommen aber nein sein gehirn zu funktionieren vor allem du wunderst dich du sagst er macht dir nach und dann verpasst du ihm einen namen der ein abstand ein wort abstand von deinem hat tatsächlich bruder diesen namen habe ich damit schon überlegt ob ich mich alles können und oder altes verletzten dann bin ich auf monster umgestiegen aber alles verletzten der reißverschluss war meine idee ein krasser name ist immer noch optimus er ist er hat er sagt dann ist das funktioniert immer noch nicht immer von der straße hier ja da muss ich mich noch umgebracht aber das erfolgt nicht heute ich muss in zehn Minuten los mein Kilo oder 20 er hatte zehn Minuten einen Zahnarzttermin und kann deswegen nicht fast da geht mein linker arm fällt gleich ab und ich muss noch zum krankenhaus und meinen rechten fuß abzuholen ja das ist nicht das problem bei discord bist du weiter gekommen überhaupt hast du eine idee oder der typ hat überhaupt so starten programme sowas wie diese driver utilities hier ist noch nicht aktuell genug kennen sie unseren gruppen nach und mit unserem programm zahlen sie 300 euro und auf einmal läuft die pc wieder den wir selber durch solche programme verhunzt haben oder irgendwer hat die miene starterprogramme gegeben so richtig ekelhafte starterprogramme diese tune up driver shit nicht mal tun das ist eine gute sache aber es gibt es ja ich weiß vielleicht vielleicht sind diese rechner von genau den firmen die verkaufen rechner und haben ihre programme drauf damit sie noch mehr kunden finanzieren weißt du oder die klinik als sie zum ersten mal gelaufen ist erst mal sechs gigabyte trash entfernt und das war für eine sechs gigabyte einfach und so lange hat er der pc gar nicht auch mensch das ist das für ein viersten krokodil ist schon mal ein krokodil jungen 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 kann irgendwer von euch da ablust trittings wozu reinstellen linken und wird dort reinstellen ist alles nicht gegeben oder hast du kein diskurz hast du kein twitch nein jungen 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 in welchem chat nun bist du denn ich habe einfach in chat rein oder nein ich schreibe dir einfach warte ich müsste dich in der gruppe sehen wo bist du überhaupt sag mal was hallo da bist du wie werde ich da profil freundlich hinzufügen nehmen muss ich kann dir schreiben ohne dich hinzuzufügen ja passt perfekt dann brauche ich nicht an mensch was also jetzt das ist groß nicht der pf 15 server oh mein gott lass mich raten der name ist drei jahre nein verdammt 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 so ich glaube so probiers ich hab's dir mal geschickt kannst du mal gucken da wird was empfangen aber natürlich beim melden erst mal wie druck versuch was ist das für ein link an niveau oh mein gott das ist ja so kompliziert oder ja dann direkten link doch nicht an links zu deiner offiziellen was auch immer homepage ja aber da aber da siehst du doch den stream da ist ja der stream der läuft ja nur darüber okay ich sag schon wieder da wäre irgendjemand so neunmal klug und will mich mehr arbeiten lassen ich weiß ich weiß keinen anderen weg nur so kommst du auf die seite und dann ist da normalerweise das video gleich geöffnet beziehungsweise gehe ich davon aus oder bei mir am browser ist es nämlich genauso ja gut entschuldige dich entschuldige dich habe ich gesagt alles klar passt hey ich bin gegen irgendwas gefahren hast du es gesehen alter hör doch auf hör doch auf was ist denn los okay kein kommentar nervt mich das schon wieder und was sagst du zogen hasi alter alter der live stream ist ja richtig zeitversetzt ich dort zirka zehn sekunden dazwischen ja klar weil du ein discord bist und da das live gespräch mit bekommst ja dann musst du einfach dann musst du den erde ging ich meiner zeit voraus bin ja da musst du einfach nur den sound beim live streamen ausmachen beziehungsweise das ist dumm das ist doch ein hase das war keine armbrust kein hat noch mal armbrust junge was auf was siehst du da was hast du da überhaupt was passiert da ist schon wieder weg kurz gelegt aha okay leckt oft ich weiß nicht ob es an meinem disco zu meinem schlechten internet liegt aber jetzt leckt schon wieder und jetzt gleich geht es weiter hast du bist du über wlan drin naja in der stadt was los warum das denn weil ich das über die simkarte mit unlimited internet macht ach mein herz blutet ja aber hey das kostet mich immer noch viel billiger als dsl anschluss den ich mir hier nicht machen kann verpassen kann ja warum ihr seid doch in der wg teilt euch das halt das auch von den kosten dann oder weil der vermieter den anschluss nicht macht weil er so wenig hier ist dass es sich für den nicht rentiert und wenn ich dann drei monate nicht mehr da bin ja dann ist auch dumm ja ja schon 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 ja da hast recht da ist das budget ist ein bisschen das harte schlösen leben einfach auf dem dach auf dem dach von dem gebäude und ich warte bis es laden im laden tut was laden tut ja das video deaktiviert den modus mit geringer latenz in dem du warst da von ein auf einstellungen und jetzt wer geht's auf einmal wieder an die aber jetzt hängt es wieder du hast jetzt im endeffekt Penny deine darin und ich sehe dir das hast du dir das ist Daniela denn ich kann auch noch fliegen was ist es für ein komisches wie schon bei einer eine runde auf die aufgerufen der Echtof wo aber nicht alle müssen stückter K proprio keine Laf!? Prozent der 1 Prozent der ich lebe den Moment okay es shows ich der wird sehen ich bin und aber wir sind genauso schlecht ich habe schon mal posten heute los geht auf geht's alle schreiben 1 in der Welt 1 in den Schritt 1 in den Schritt ich bin alles auf Brot da man stand da und da Notarfin wir haben selbst hat auch eine einzelne geschickt perfekt wenn einer wasser wenn einer reagiert ist es so als hätten alle reagiert okay ich wollte auch reagieren aber ich muss mich anmelden ja weil du kein profil ist klar aber brauchst du nicht mein starkes profil nein deine mama hat gesagt was ein starkes seiten profil also fett ist nicht wissen der kollege ist sehr 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 dünn okay deswegen kann ich sowas auch sagen also auf jeden fall der reiner hat mich an jemanden wo ich letztens getroffen habe da ist mein abend gehoben dann hat er mich spieltein gesagt was du da ja das war zwar ich habe ich hab dich nicht größer ich habe deine glatze aus der ferne bewundert und er hat mich geblendet also habe ich meine hand von meiner augen getan und er hat gedacht zu ende ist es kompliziert man ist der dud wo bleibt er ich will den gesagt er kommt bald wieder geht aufs klo okay er hat große geschickt hat er das gesagt aber das wirklich gesagt er holte eine andere bestätigung wenn du mir nicht glaubt ich hab dir nichts ich habe dir nicht gefollert wer schaut mir jetzt überhaupt zu es sind zwei leute also bis 300 nein außerdem war ich von außerdem bin ich auch auf tik tok und da waren es vorhin sieben warum kriegst du mir dann zwitsch anstatt ein tik tok weil ich auf tik tok keine cam anhab und den chat in tik tok nicht lesen kann weil ja genau deswegen dann bin ich doch da und dann dann lese ich vor was ich witzig finde und dann tue ich so als ob jemand was geschrieben hat was er gar nicht getan hat ja das ding ist die meisten leute schreiben nur irgendwelche komischen smileys rein bei mir oder was irgendein video von ich bin gleich auf der spur alle ablehnen ich rede erstmal alle prinzipiell ab das hat mir von mein herz fast nicht gebrochen ich habe ich von der EM gesprochen ich habe von der anderen dauer dauerdiskussion gesprochen ich weiß aber wenn du nicht abgeschoben werden wenn ich von krankenpfleger berufe dann lässt man sich noch mit dran zu ach mensch ist das alles nur ein spiel oder ein traum was macht das schon schon weiter du bist ein jemand hat mein pfad zu dir gelenkt mir mein leben neu geschenkt soll ich einschalten oh mein gott dann wird dann dann geht es ab ich sag's i i i i i dare you warte kurz ich streame hier meinen desktop sound das heißt wenn ich youtube anmach das ist es wert weißt du das ist es wert ich habe kein münzguthaben aber ich würde dir was münzguthaben spenden wenn ich das haben hast du mich jetzt auf tik tok gesucht oder was ich hab dich auf tik tok gefunden soll ich den ersten tik tok account oder was ich stelle nämlich immer wieder mal so geschenktüten rein dann bekommen diejenigen die ausgewählt werden münzen dann hast du noch um die kasse wieder zurückgeben das ist nicht haben aber nein weil die 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 ausgeben nur ist es hier kein gemar nein ich rede von den tüten die du da irgendwo nein die tüten sind sehr halel geschenktüte das ist wie in konan so da kam ein mann hat angeklopft der besitzer des hauses wollte sie zuerst nicht reinlassen bis sie das ist ein paket gegeben hat ein geschenk und Zigaretten drin dann haben alle davon geraucht dann wurde immer lustiger und lustiger und ist das fein abdu 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 ja geh auf twitch moment oder auf disco oder auf tik tok und mach laut und hör auf zu quatschen oh mein gott oh mein gott ich bin auf tik tok hast du den sound an ja ja ich höre mich so und jetzt kommt ein puffs nein spaß die liebe kann nicht warten lang war die nacht ich will zu dir bis nicht ich lausche wieder mit mit deinen armen in einem starken herzen findet sich die kraft zur lösung eines jeden problem mit dieser einstellung stürze ich mich auf meinen neuen pfeil ich bringe die einzige wahrheit ins licht obwohl ich jetzt klein bin habe ich den verstand eines 70 jährigen teen-agers verhalten man nennt mich der der tiefkopf der der kälteste herzen dieser fremde macht der lieb der tiefkopf der herzen der tiefkopf der tiefkopf der tiefkopf der tiefkopf BASTECH WIRDLICH 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 WIR Ich finde meinen Weg in deine Arme So wie ein feiner Himmels Wasser drückt Ich daufe dabei Ich kann den Himmel und Arme Erglob, now Führe, now Führe, now Führe, now 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 So Sind Sie zufrieden, der Herr? Auf jeden Fall Oh, ohnehin zufrieden So, jetzt kann ich in Frieden sterben Ab jetzt kostet es nicht ein Abo Nein, Spaß Äh, Andi Nein Ich hab den Biber nicht gefunden Ich bin an dem Ort, wo der das letzte Mal war Und ich bin jetzt so gut seit 5 Minuten da Das spawnt nicht Ist der weg, oder? Wie ist der, dass du dort bist? Bitte? Der hat kein... Auf Ausländer Bist du sicher, dass du genau dort bist, wo er sein soll? Ja, jetzt bin ich mir doch nicht sicher Das war hinten bei den Stegs, gell? Osten, wo die kleine Bucht ist Ja Verdammte Scheiße, ich bin mittendrin Ich bin ein bisschen weiter links Ich hab die ganze Zeit umsonst gechillt Okay, tschüss Egal Egal Haben Sie dann mit hier ein Ein- und Aussage geprüftet? Aber ich hole auf jeden Fall jetzt den Biber und dann zieh ich um Base mäßig Ich brauche nämlich unbedingt Holz Holz Ich bedanke mich für den Abend, aber ich muss los Jo, hau rein Hast dein Film, ja? Viel Spaß, dann machs gut So, malikou tschüss Ciao Bye, don't die So Malikou tschüss Mal live Gehst du auch live oder was? Wie geil Weißt du was, dann gehe ich jetzt auch live Dann gehen wir alle live Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu Wuhuhuhu Wuhuhu 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 War das beim Schiff, Andi? Ne, das war nicht beim Schiff Nein Dann bin ich falsch, dann habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss Wenn du auf die Karte guckst, da wohl Zwischen, zwischen Sunbury Mittelschule und Habor Side Da dazwischen, da ist doch diese eine Brücke, wo da ins Meer rausmündig ist Genau, und da war ich unten rechts an dieser größeren Gebäudeansammlung unter der Brücke Wenn du direkt an der Hauptstraße, also an der Brücke, an der hängenden Brücke nach rechts abbiegst mit dem Auge Dann führt unten eine Straße dran vorbei und da führt die Straße an den Steg Und an dem Steg war ich Da war nichts die ganze Zeit Schau mal Äh, dann musst du an den anderen Steg gehen Da ist noch ein anderer Der noch näher, der noch weiter Richtung Westen ist Okay Alles klar Herr Kommissar, dann bin ich gerade in die genau die falsche Richtung gefahren Supi Ja, erstmal den Biber besorgen und dann ist das Das schon wieder wert Besorgst den Biber, genau Du hast mir gar nichts zu sagen Außerdem Bitte, 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 du bist zu leise Warte kurz, ich muss dich Nein, du bist immer noch zu leise Wei, 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 wei Zu leise, wo bist du da bist du So, jetzt rät noch mal Hallo, hallo Rät noch mal leise Ja, wie tut man das eigentlich andern mit Discord Na, über Discord tust du das nicht Das machst du über deinen Mixer für dein Mikro Und Indem du dein Mikrofon An deinen An deinen Sprachorgan Bringst und nicht einfach 5.000 Meter Irgendwo auf dem Klo Ja, ich hab's auch am Sprachorgan Boah, Alter, das ist ein Vollspaß Du Overtaler holen einfach, Alter Ich geh zum Neandertaler, warte mal kurz Neandertaler, ich geh mal kurz Na, Junge, du kannst nicht mal Neandertaler richtig schreiben, okay Nee, du weißt nicht mal was Neandertaler ist, warte mal kurz Neandertaler bist du Habt ihr's beide Bitte? Habt ihr's beide, ja Sei mal leise, du Homo Sapiens, du Du bist Homo Du? Ja, genau Du bist Homo Außerdem gehört das nicht in die Bandschule Hier gibt's wieder Ban, 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 Ban Natürlich Grüne Gefahr So Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube ich bin die ganze Zeit falsch gefahren Ich bin die ganze Zeit falsch gefahren Voll trotteln Voll trotteln Ja man, ich hab einfach Voll vergessen, was ich machen wollte, bin einfach so der Nase nachgefahren Ah, einen halben Kilometer wieder zurück Lueg Für trained Ed Was ist das? jetzt wunderbar 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 einmal gescheitert jawohl chef dann versuchen wir gleich nochmal ich habe einen holzfäller bieber halten und jetzt könnt ihr mir gerne mal mitteilen ohne momentan ich hole nur kurz belohnungen ab irgendwelche season der verfolgung beenden was den mutations fähigkeiten zum beispiel doppel springen in der luft so ok 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 kann mich aber leider nicht erinnern habe ich jemals sowas hier freigeschaltet heute hätte dann lassen wir das mal schalten das kriegst du temporär temporär das gegenteil davon ich kenne die doch einfachen verteidigung ausrüstungslager sind alles ist alles nicht so wichtig ein branzespitz hat wie könnte man sich übergedankt treibstoff profinerie jetzt was wichtigeres synthese bank dafür kriegt die mineralien habe ich dafür noch nicht braun zu warten kriege ich aber standardteile ist glaube ich level 10 ergebiet das ist alles zu retten sollte vielleicht stimmt ich bekommen soll es aus mehr wasser bohr wie geil bohr wie geil was ein guter zufall dass wir den schönen am meer sind natürlich was brauchst du sind herr ziegel oha hier können wir nicht die kriegt würde man sagen mega geil also wo seid ihr jetzt da wo er in grad schild oder was ich bin tatsächlich kann aus dem spiel rausgegangen weil ich das mit tik tok live 40 grad er bist du fertig bist wenn ich wieder offline ich habe nämlich hunger ich bin gleich fertig und ich gehe gleich erst alles gut kannst du kurz bringen ich mache nur spaß alles gibt es war nicht beabsichtigt hallo ich versuche das meerwasser zu näher jetzt weil dann steige ich jetzt auf boha da hat ihr schon einiges okay 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 das war jetzt nicht bewusst auch tatsache weil dann steige ich jetzt auf essen trocknen trocknen dörren auf der fleischung josef schau mal reiz benutzt die tics auch bei mir alles funktioniert wohnt ihr jetzt hier oder ist das euer hause zieht direkt am strand oder wer ist das jetzt hier und drei häuser so jetzt ich habe dich gefunden geil oder ihr wohnt aber ganz schön weit weg von allem ja josef aber sieht man da was also von game ja ich ich klatsche mein haus ein bisschen weiter hinten hin was die kamera ok aber sieht man game oder was sieht man was los ja aber wenn wir irgendwie die überkragung nicht geht so dass das game anzeigt und ich weiß gar nicht wie das geht ja genau dann musst du das auswählen linke seite da steht szenen und dann quellen und dann muss das hinzufügen aufnehmen machst du machst du auch ding machst du twitch uns die und dinge in zwingen zu das nein nur als tik tok dass du wirst wo drin stehst aber ukraine schoss aber ich kann die verklagung nach mobile vorschau teile dann bei dir oder was auf twitch oder was aufnehmen noch auf twitch oder was ne auf nicht du ich habe an die gefragt was ist auf twitch oder was hier so ein wisper ding also im game also ich dachte jetzt quasi jemand hätte dir persönlich das jetzt geschrieben irgendwie so wurde immer zeigt wie kommst du dazu jetzt ich verstehe auch mensch ich kann meine kack base nicht bewegen mann wie geht das was b und dann zk kannst du ich weiß ich weiß aber ich habe acht minuten sperre weil ich schon bewegt habe was willst du hinzufügen nein pass auf ich gehe ich will tik tok live über den ganz normalen tik tok live ich mache mal hierbei und er zeigt aber bloß ein blaues bild an und nicht meine übertragung vom game deswegen muss die quelle hinzufügen wie geht es bei szenen so ist einstellung ich habe fünf minuten sperre vom umziehen her und so gefällt es mir gerade nicht ich gehe ganz kurz was essen bis gleich ist das wo wir das wo das ist doch so ziktok live studios und ja unten links steht szenen da drückst du drauf genau so dann öffnet sich doch das fenster oder nicht mit deinen ganzen quellen weil hinzufügen spielaufnahme oder genau josef sieht man jetzt das spiel immer noch nicht da muss schon alt gehen oder nicht und jetzt das ist perfekt gut da muss ich jetzt bloß noch schauen wie ich mit ob ich da zuschauen kann bei meinem tik tok live mit dem handy und zum also ist auch live den schicke ich jetzt mal ich glaube ich kann von meinem handy aus nicht zuschauen das stimmt auch wieder ich glaube ich weiß was geht was geht immer noch herausfinden wie ich das alles jetzt im weg habe ich habe keinen zweiten bildschirm weist das ist schon auch das problem hört man mich nicht doch live also hört man ok 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 stellungen konto bist du da bei dieser brücke bist du diesen komischen fliegenden kristall gefolgt es ist nicht bis dahinter von mir da bist du aus meine mütze von meinem outfitt du wichser okay so ich glaube das ist die mission so josef fast warte ich werde jetzt gerade unseren spot gefunden und sich jetzt dahin tanzen er ist hier ja warte kurz bevor du bevor du umziehst weil wir haben jetzt einen anderen spot gefunden ich bin schon umgezogen aber hier oben nichts schatz er ist zu laut und uns aber jetzt mittlerweile da unten muss ich mir ein zweiter grund macht ich muss ich mir ein zweiter grund machen dass ich meine nachrichten sehe auf tiktok live was wieso aber ich nicht hinbekommen auf irgendwie mit mein handy die nachrichten in mein chat zu schauen jetzt habe ich mir ein zweiter kommt gemacht ernsthaft ja jetzt kann ich mir selbst großen schicken ja ziel erreicht system gedribbelt ja josef es geht alles hörst du mich auch so wärst du das komplette spiel kannst du das aktivieren wollen wir wieder alle ein auch diese dass wir um zehn was willst du umziehen nicht umziehen braun ich weiß nicht jemand das nennt dass sie halt in einem nicht klaren sind sondern du weißt dass man im team team ja deutsch sprach das war nicht nur sie doch sagen sollen dann spaß kappa vielen dank also hier noch vor dem er sprotiger weißt du vom pokémon ich dachte am anfang dass wir absicht habe die ganze mal versucht irgendwie dahinter zu kommen was du meinen könntest und dann hat sich herausgestellt dass gar nichts gemeint so also jetzt umgezogen oder was würde mich freuen wenn du später wieder reinschaltet weil ich bin schon zu euch gezogen ja weil ich ich bin umgezogen war aber dann nicht zufrieden mit der höhe deswegen möchte ich die höhe noch mal bewegen deswegen habe ich jetzt eine minuten sperre du seid ihr alle verstehen die stemmen blöd jetzt sind du da rein durch die tür was willst du bist auf die fresse geweckt ich mache spaß aber geht trotzdem weg die weg jetzt die weg ich bin doch schon weg nein ich muss meine base hinstellen und du stehst da so deswegen kann ich nicht hinstellen danke ich bin doch schon weg jetzt bist du weg ja zehn sekunden Karton Acton 5 4 4 3 2 besser macht das mit dem park aus 22 blase und kupfer werden benötigt kommt das nochmals und fliegende was sind doch lobo ein lächeln habe ich bekommen das ist die rotze mit dem krankenhaus ja ich weiß habe ich doch gewisse ich habe keinen turn auf dich weil ich nicht mehr weiß wie es nicht schon irgendwie immer hin und herren oder nicht du musst so und dann so machen er hat gerade du bist fett und hässlich und du hast kinder geschissen wer charakter er hat den bürger bürger kürzer kürzer er hat schon ausgeboten das soll das ist ein bisschen was dann kann man da ein bisschen kohle herstellen ach mensch ich habe nie gesagt dass es falsch geld ist das echtes geld ok money rain ja ich halte mich für die maini 38 kilo wir kommen 38 kilo bitte zustande ich habe schon wieder ein kisten rum zu fahr brau fummeln 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 wir müssen hoch ja ich warte mal auf dich hey scheiße du bist in die voll falsche richtung gelaufen du ach so ich bin dir hinterher gelaufen nasenrotto ein scheiße ich bin dir hinterher gelaufen die nasenzebra ich bin damit überlegen ob ich mich ja noch mal ein und ausloggen soll ich habe die ganze zeit immer noch diese kampfmusik so wie es gestern bei daniele der fall war ich habe auch ein und ausloggen nichts da hilft lediglich musik leise stellen wieso hast du immer noch diese kampfmusik ja laber nicht aber ich habe die musik jetzt so leise das ist nicht mehr weil musik interessiert mich ja eigentlich äher zwar runter warte spiderman obwohl wie viel brauche ich genau drei kopfer barren und acht glas drei kopfe acht glas da ja auch mal spielen sie hat uns vor einem mann bewahrt sportlich zum glück habe ich einen electric perk auf meiner waffe durch elektromunition macht was elektro schaden zusätzlich ok bringt ihr das einfach nur generell ok die hat mich komponiert die hatten schlageanfalle verwendet lauter begriff für dich nicht ich weiß doch ein problem links bist du holländer oder was bist du fußball was mit dir sehr schön nein du spuckst mich nicht an sie macht ja noch nehmen und legt sich auf dem boden fünftigen und ich weiß doch hier du musst ja reingehe mega geil mega geil mega geil ich hab den hässlichen mega coolen bieber endlich ich bin fertig ich bin auch gleich fertig mit der welt sportlich dick doch du musst es nicht jedes mal sagen wenn es jemand anders sagt du musst es sagen wenn du selber sagst ja du kannst ja auch wenn es gesperrt werden was andere sagen das ist egal du kriegst dann im nachgang eine benachrichtigung und dann heißt es ja bla 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 und dann kannst du dich so und so lange nicht einloggen das ist mega kacke da soll ich ja nicht live gehen sportlich tiktok sportlich tiktok sportlich tiktok alles alles kann sportlich machen wir müssen jetzt nicht übertreiben sagen gar nichts wer ist passiert nicht jetzt du bist ein vogel es wird ja im nachgang von tiktok review ist osterhase operator operator was verräter schatz wo müssen wir hin das sind gute körper wir müssen spalten hier im iron river machen ich hab ja auch schon abgelaufen gesehen ja wo ist hier man ich sehe nur eier auf dem parkdeck der 10 mehr von deinem tag man ich suche immer noch diese mysteriöse kiste aber es gibt es doch nicht karim spielt das spiel nur weil er die eine kiste noch finden muss er will eigentlich gar nicht mehr spielen aber er kann nicht einfach aufhören das sind doch keine locations wo ich noch die mysteriöse kiste brauche stimmt die dinge sollten wir auch noch fertig machen was suche nach einer mysteriösen kiste und noch eine waffenkiste fehlt hier oben ist die mir der mysteriöse kiste siehst du das gegenüber auch ich auch noch ein elite gegner und mysteriöse waffe schutz mich nicht ich habe joghurt in den taschen ich darf dich schuppen so geil ich habe es wichtig ich habe joghurt in den taschen ich habe was anderes in den taschen mit zu nachgucken das war so also das spiel greift auf deine kisten zuge wenn du in deiner base bist also du musst das zeug nicht im inventar haben damit du es verwenden kannst echt ich wusste es nicht nein und ich finde es mega cool gerade das ist eine mega erleichterung weil dann kann ich den ganzen mitte so rausschmeißen ja aber ich habe den müssen mit mir getragen ich wusste das nicht ich habe dafür zu viel müsste ich habe immer voll die lagerprobleme gehabt dankeschön dankeschön noch mehr liebe ich weiß ich weiß wie du es zu sagen willst so eh bedomm, bedomm, bedomm uh nicht so tollen leute was so pochte spinnen Cochte Kräckige Mystery Box immer noch Mystery Box oder wieder Mystery Box ehh immer noch brauche ja aber sportlich ja und jemand der sich das anhöte was euch sagen ist es mit den spinnen ich muss ich eben das einfach nur eine szenen ein stream ist abgesichert da steht ganz groß fett 18 plus drauf es spielt keine rolle und mit dem ding da dass du sagt doch so schnell eine diagnose sehr wichtig ist der helikopter immer hoch springen ich habe bei allen röber witzig meine pickaxe einmal mit profis sexy kranken schwester übrigens sollten richtig geil geworden sein inzwischen letzten update abgelesen 380 prozent mehr spieler wieder und herriem hat auch gemeint dies wäre voll cool geworden jetzt fehlt uns noch ein ich kann nicht gegen mich selber kämpfen es geht nicht eben ein echter elite gegner kann gegen sich selbst kämpfen du hast dich selbst disqualifiziert gehen die ecke und setzt sich an wo ich diese box das gibt es doch nicht bei markt heißen ich habe keine lust dass der nur bei übrigens an die das letzte maße ja gemeint dass ich den frosch da sich diesen baby frosch oder mini frosch also ich in die geschickt habe dass der gemeint ich soll ihm ein witz erzählen dann das schenke ich habe die nachricht weitergeleitet weil ich lustig fand hat mein bruder gemeint ja wollte ich aber dann hatte ich einen frosch im hals ich habe dann aber zu voll und zurück zurückzuleiten aber ja war geil was ist ein elite gegner ich mein das ist die grüße er hat das ganze jahr über die chance gewartet das ist schwarz weil ich mich nicht wasche ich habe dann aber auch schon ich habe mich nicht das hättest du mich nicht Black Swanee komm jetzt Black Swanee oh war das nicht süß oh ist das nicht lieb oh hä was hast du für vorlieben was zur Hölle was hast du für probleme deine vorlieben sind meine probleme genau das ich habe eigentlich meine tochter gemeint achso ich dachte mir gerade dann greift sie mich an es ist etwas von kugeln im allerwertesten und dann greift sie mich noch zusätzlich an das wäre es was ganz normales was mein fehl tisch in ruhe das ist jetzt gegen meinen fehl tisch ja nix habe ich gegen den fisch habe ich gar nix oh nein schnell abbrechen das war knapp ich kann nicht durch den Zaun schießen aber die können durch den Zaun schießen wir haben andere kugeln die sind schlanker aber ich habe es ganz ehrlich da finde ich den ice perk besser wie den electric perk was wollte ich jetzt kurze zwischenfragen leute des meutes kurze zwischenfrage was ist jetzt also zieht ihr jetzt von hier weg wieder wo ich jetzt mal her gezogen bin ich bleibe so ist wahrscheinlich okay alles klar ob ich die komplette umgebung gescheit erkundet ja im norden ist auch noch mal ziemlich viel zum erkunden was ich noch nicht habe ne passt schon da weiß ich bescheid dann richtig mich jetzt einfach hier häuslich ein und fertig du musst dahin wo die ressourcen sind einer und wir haben es geschafft ist ja auch völlig berechtigt ich habe keine lust mit diesem ding zu suchen diese kiste dann wartet bis die kiste da kann ich lange warten okay ruf bei ice.de an vielleicht schicken sie die eine ice.de ist es es ist ein karton liefern die ice aus oder was ja noch bei dem karton liefern die ice aus ice.de gibt es im google ein stream man macht nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich weiß das weiß nicht warum es geht aber ich mache es nicht das war mir bruder das darf ich mir machen dann den katz achten weil wir schon so katz brauchen äh ich ruf mal hier runter warte chill 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 er will er will er will noch video machen chill Kamera ist noch nicht an so ich habe Eisen, ich habe Bäume und ich habe so blaue Seerosen und planten auf der anderen Seite äh aber wie scheiße wenn ich gerade bin im wald ich sehe dich nicht tja b und z komm auch in unser Team rein dann schädel dich das ist kein Team das was du das was du möchtest ist eigentlich ein Hype aber nein er möchte ins Team nein weil Team immer nur vorübergehend ist und deswegen ist es unnötig ich jetzt gerade so unnötig jetzt gerade erst das richtig dann und dann können wir jetzt haben wir Kunden eine muss ich nicht alleine diese mysteriöse Küsten suchen Schatz warum kann ich mein Haus nicht mit ich habe mich vorhin eingeladen werden ich habe mich eingeladen sogar ich gehe mal raus aus dieser aus dieser Geschichte die gehe ich hier raus die gegner finden so hey ich hab den schon bei mir ist fertig what the fuck ja frag mich nicht darum pimmel ich doch hier unten rum den fucking Geräusch habe ich hier gerade als würde versuchten ich hörs auch ein Auto zu starten mit kalten Diesel dann sind das Wölfe und auch schon Krupp ist spielte zusammengroßen uhr hier steht der mord fast abgängig suchen ok so hallo ich will hier bauen hallo ich will hier waren ich bin weiter wo hast du denn geklatscht gleich so aggressiv es hat so passiert das team verlassen ja wer ist es geht beste mann das team verlassen dass ich mit ihr team macht damit wir da die ganzen kisten und zu suchen kann ja so er hätte mich einfach nur einladen müssen aber okay dann lade ich dich nicht kaum habe ich den namen arsch also kaum habe ich auch schon gesagt war ist ein türke mir ein finger eingekommen gerufen gefühlt so bist du mal ein to linio du bist in dem team wahrscheinlich schon ich kann nur to linie einladen ich weiß nicht wer zu linie ist aber das ist der du der mir einfach geschickt dann lade ich ihn ein ich bin in keinem versuch mich mal anzuladen jetzt es ist ein schwein hast du schon mein haus gesehen aber ich bin jetzt erst mal dabei mich so einzurichten und du bist level 15 oder was hey wo hast du den bieber her seine stimme digga wo hast du den bieber her ich bin auch mit dem bieber spielen er hat die bieber brüder besucht und ein gekidnappt stabil ganz normales was heißt was heißt gekidnappt ich habe dir einen vertrag angeboten drei jahresvertrag hat gemeint ja schon gesagt okay passt zähne zusammenbeißen durch zähne zusammenbeißen ich bin auch nicht schlecht beim bauen so jetzt habe ich zwei jetzt habe ich zwei roboter hier fährt auto durch die gegend ich habe auch ich habe auch ich muss mich ich kann ich komme gleich zu dir ich möchte mich erst mal hier fertig einrichten ich habe ja nicht gesagt ja eben egal schwere sprache diese diese keine wenn ich dir auch der meinung oder deutsche sprache ich bin ich dir auch der meinung naja er versucht immer zu unterbieten weißt du aber das macht er nicht mit absicht er ist so kappa warum ist das wieder rot du stinkst er denkt auch das kappa captain heißt deswegen sagt er das so oft ja du hast du mich angehen gerade wir beruhigen uns jetzt alle wieder ich habe eier gefunden ja wo doch endlich mal zeit ja jetzt kann ich dir die ins gesicht hauen geile scheiß ja kein kommentar ja ganz ehrlich nein today not today du hast die aufgabe nicht erledigt du warst einfach nur zu weit weg fräulein echt ich war noch im territorium drin ja komm zurück und siehst du es darf ich hier mein haus und platzieren ich werde das ist fitzl friemel arbeit 500 ja da kenne ich noch jemanden der das so halbe dreiviertel stunde gemacht hat und dann am ende zu sagen ich ziehe es doch um ja weil du spaß daran schuld warst ich habe gestern erst kein davon erzählt digga vergesst dir das nicht ich habe es dir auch davon erzählt die wahrheit davon ich sage es ist so ein krimineller einfach dass ich bin daran schuld nur weil er so kompliziert baut elegant künstlerisch mega das ding äußerlichkeiten mit eingebunden nachhaltig wenig material verbraucht mega geil und dann kommst du mit deinen ideen und einfällen digga zack 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 alles nutzlos mal mehr jaja ich bin das so das auch soll stammen ob du die hast was auf dem witz angedeutet der igel wohnt jetzt hier habe ich mir auch gedacht aber es war nicht gut gemacht das war nicht lustig deswegen habe ich nichts gesagt aber die mühe war es auch nicht wer hat wir wussten worum es geht so ist es so ist es so sagt bei mir wird die anker aufgabe nicht mal angezeigt jetzt lassen wir überlegen was habe ich denn noch an ausrüstung die aus das werden müsste die schuhe die schuhe müssen weg bei mir ist es nicht mehr da also lüge mich doch nicht an das spiel lüge dich an du lügst mich an liga ihr seid echte lüger so ist es jetzt kommt platz ja auch da unten deine fans schön mal ich suchte den elite gegner der musste ich finden wenn du was wir sagen aber wir haben hier eisen wir haben natürlich hast du schon den besten spot rausgesucht zu tausend prozent machen wir dann adobe ist beigetreten hallo dobi der haushalt es wird es doch wenn ich dich doch sehen würde würde ich nicht jeden einzelnen begrüßen der reinkommt das ist so schnell und das zeigt mir so langsam an da bist du den ganzen tag beschäftigt das passt schon ich belasse das dabei ich brauche auch einen guten platz nicht nur du ach so ja dann sagst du auch gleich dann kann ich das jetzt hier nicht platzieren platz hören platzieren platz dein hirn doch selber nicht so unfreundlich war es noch unfreundlicher ja bitte was was in den bereich tripper und was fehlt mir ja ich habe auch gedacht dass der ganz normales war es nicht um ein holz mich um ein holz 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 und ich jetzt zweimal für sie machen nicht du weißt ich lieber krass kräste film so wie wolf wildschweine geben zwei leder waren jedoch nicht hatte nur glück hatte wieder glück das passt genau um einmal zu kalibrieren das ist perfekt die ist perfekt wo ich netter hast du dazu komfort auf jetzt kann ich da keine trippen klatschen oder was willst du mich verarschen dann halt nicht beim kalibrieren bei den fähigkeiten unter kalibrierung habe ich überall so ein ja nicht parken schild sozusagen und dann unzureichende kalibrierungs stufen limit was zur hölle ist das unzureichend unzureichendes kalibrierungs stufen limit wie kriege ich das her oder wie was ich das oder was sagt doch schon die aussage du musst mehr kalibrieren ach so weil du kannst maximal vier mal kalibrieren die folgenden kalibrierungsattribute können nicht aktiviert werden da die waffe eine niedrige stufe hat du musst für die aktivierung eine waffe höherer stufe herstellen okay alles klar verstanden okay das habe ich schon verstanden höhere tier ja passt wird ich jetzt auch gesagt es ist nur verwirrend weil es hat aufgelistet ist weißt du gehst hat auf die waffe oder rüstung wirst sie kalibrieren und dann stehen da möglichkeiten und dann sind die durchgestrichen dann denkst du dich schon so warum warum bietet es mir dann überhaupt an so nach dem motto egal never mind i don't care kein bock mehr schauen wir mal ob ich neue bessere rüstung vom tier her bekomme das fehlt okay ja das glaube ich dachte alles aufs gleiche raus so 34 kilo ist noch ein bisschen viel dann kann ich ja eigentlich aus dem materialien sex zuerst der materialien sektion alles rausschmeißen du willst nee ich meine wenn der er vom lager darauf zugreift dann brauche ich nicht mit mir herumtragen weil wenn du stirbst verlierst du sie hast da gemeint oder ja dann nachdem die kiste ausdruck das willst du schon wieder ausdrücken wenn wieder da nur ohne ph wo weiß du das kann ich kann dunkel sehen das war mir so klar dass der kommt digga das ist es ist so schön dass du die stimme in meinem kopf bist du weiter ich mir denke hat die fresse so weißt du nein der ist voll scheiße hat die fresse sagt sagt nix und er kommt ja man immer 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 was zu lachen mit dem kollegen so schwierig die schwierig das mache ich jetzt wollen wir erkunden danke dass du dich für die version entschieden hast sie wollte nicht dass ich gewandt werde hat sie gerade doch was die gerade kurve die gerade kurve die gerade kurve sie mps 7 er konnte man nicht irgendwie konnte man nicht in die waffen diese mods reinschmeißen über mods nicht über mods wie dann über ausrüstung rechts krieg auf deine waffe ach geil dankeschön merci wie mache ich das mit meinem rucksack da kannst du doch auch jetzt dings rein machen das coole ist irgendwer zu mir gestern gemeint ich weiß nicht mehr ob das an ob das an die oder ob das mein bruder war aber hat gewalt wegen fixer konsoligen unterbrechen das ist doch egal mach einfach den fach einfach stream fährt nach stream tot macht danach einen stream auf ja das stimmt eigentlich weil ich mache mir sonst voll die mühe und alles weißt du ich lass es einfach nebenbei laufen und fertig und auf zwischendurch hast du ja dann auch deine layout zu gut wo ich katzen jetzt gemacht habe doch einfach springen überlaufen lassen schatz ich habe eine eichel bekommen habe ich schon totenstelle hätte jetzt mal eine eichelung gegeben no homo sie will ihr damit was zu sagen weißt du manche frauen drücken ihre unzufriedenheit auf die sache und weise es ist das gleiche wie hast du hunger schatz aber eigentlich habe ich selber hunger und wollen dass du was zu essen kaufst man könnte man also haben ich glaube ich könnte auch mal kurz die pause machen demnächst wie spät ist es denn überhaupt ach gott nicht mehr so lange ich bin müde außerdem zock ich sei da hatte ich sagst dir ich sagst du meinst zwei stunden und acht minuten da darf man mal eine kleine pause einlegen das ist in ordnung das ist schon seit drei stunden zwei stunden regel zwei stunden und acht minuten es ist ja außerdem hunger so hunger ist eigentlich so das haupte argumente gerade man hat nach den fliegen die ein vorbeifliegen bitte man schnappt nach den fliegen wenn sie vorbeikommen als gamer so ein bullshit der amerikanische gamer sitzt da mit 25 tüten funny frisch und 25 flaschen zwei liter pepsi bis amerikaner deswegen deswegen habe ich den shit nicht deswegen muss ich mir was anderes zu essen holen wo wir sind dorfkinder wir müssen noch fliegen schnappen sagt der russe zum afrikaner ja was soll ich das sagen also kommt ich habe hunger ja man aber eher man hunger pp kann mimi 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 so lass mich mal gucken was ist denn ich mache noch eine halbe stunde und dann gehe ich ja 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 und dann kommst du gar nicht mehr man kennt's man kennt's tut so als wäre es ganz ja das kann auch passieren das stimmt sie hinlegen kann passieren ja Alter einmal weißt du anstatt mal so eine richtige gaming session mit dir zu haben zwei stunden man muss ja erstmal pause machen erstmal ist nicht schlimm genug dass man eh schon acht stunden auf dich warten muss und dann hat man da acht stunden warten darf ja und dann beherrt der herr und damit zweieinhalb stunden seine anwesendheit und dann verkrümmelt er sich wieder ich würde aber wieder kommen es ist hier samstag waren die frage ist dann kommst du maximal um vier er kommt dann den nach nee nee ich lege mich nicht mehr hin das kann ich versprechen okay dann ist so ja brud ich früher schlafen dass ich früher zocken kann und war normal fünf tippen und auch tiktok links zugeschickt tut mir leid tut mir leid dass manche leute ein leben haben und einfach mal garten arbeiten machen müssen dann am samstag nachdem sie die ganze woche geschuftet haben tut mir leid dass man dann halt erst am nachmittag online ist ja amigo kein verständnis dafür ja ich weiß noch keine chance keine keine frechheit einfach in alien wir rennt keine keine chance nur eine stunde und dann server brennt wir brauchen so wie bei tv total so eine taste für dieses ok zum einschalten einfach zwischendrin es ist so häufig bitte noch da alles gut ja aber du hast gerade nicht eingeschaltet du hast gerade versagt ja dann damit zeigt sich dass du deinen job nicht gut gemacht hast nein ich habe meinen job sehr gut gemacht wenn die erziehung so funktioniert hat sitzt zehn meter weiter in dem anderen zimmer und denkt er kann sein maul aufreißen wenn ich es nicht wüsste dann würde ich es ja nicht machen also kann ich ich glaube ich kann euch mal wieder besuchen demnächst nehme ich nehme ich kamera mit machen wir mal tik tok zeig mal den leuten wie das genau aussieht hier mit den macht verhältnissen im hause schmidt sitzt sich in der ecke heulend schlägt sich mit der hand die ganze gegen den kopf und wippt nach vorne du bist ein guter junge du bist ein guter junge sorry bro ja nee sorry nicht sorry in dem fall was machst du ich bin die ganze damit überlegen was ich als nächstes machen soll ich eigentlich laufend land ist ja das ding ist wo ich glaube im bruder muss da muss ich halt noch erkunden und du halt mal raum wenn sie wohl ja schon ja missionsweise bitte ich noch nicht ich bin jetzt gerade dabei er sind wir keine mission ist einfach so dass du schaust die gegenden ja lass mich mal lass mich mal hier meine memetics ein bisschen verteilen sind die schafe texte das sind die medics bin ich ehrlich durch nur verteilen wenn ich es wirklich brauche arbeite durch das nicht verteilen weil er ja auch besseres werkzeug braucht damit er mehr ressourcen weil nicht nur das erstes dann hast du außerdem rezepte anleitungen erinnerst du dich hast du deine sniper nicht hat ist weil du einfach nicht wusstest dass die drei schalten kannst du das ist nee du solltest das du solltest du schon anschauen auch wenn du es gerade nicht braucht macht wenn du es brauchen kannst dann ist gut was kostet die kiste kupferwaren standardteile bronze ja ich brauche standardteile ich muss dann eh jetzt demnächst auf ressourcen gang gehen wenn ich ehrlich bin von dem her das bietet sich schon an so 20.000 zuschauer leute ich gehe kurz ein rauchen einen rauchen nein ein ordentlich gesehen ein rauchen eine sportliche zigarette sportlich nicht mehr verboten sie ist nicht mehr hast du schon gehört ja richtig das verherrlicht ist trotzdem du kannst dich auch nicht hierhin stellen und einfach anfangen zu saufen ja mache ich manchmal trotzdem manche werden gesperrt manche nicht das ist voll komisch mich betrifft sich ein okay aber jeder ich kann es nachvollziehen das macht man halt nie ja geil früchtetätige eine meiner menschen snoop dobi dog hier sie ist ja ist sehr freundlich sehr freundlich snoop dobi dog lol hast du es nicht doch wie doch gesagt ja jetzt wird jetzt jetzt geht es gleich los hier jetzt brennt gleich da kommt ex ex chibit was der so irgendwelche irgendwelche boys die in deutschland sitzen und mit irgendwelchen hilf auf größen in der west coast jetzt beginn weiss also was wollte ich jetzt ich habe gar keine ahnung die ich habe gar keine ahnung eigentlich brauche ich materialien um mich doch wieder abzugreifen schauen wir mal nach missionen bist du bist da rechts wo bist du da ich hab jetzt die mysteriöse kiste gefunden auf dem schiff ok erzähl mir und jetzt muss ich noch eine litte gegner besiegen das heißt ich bin auf der suche nach mir selbst du bist so witzig ich weiß oder ich müsste eigentlich eine eigene comedy show haben ich habe ihn besiegt in elite ja ich glaube da mache ich jetzt die pause dann gehe ich jetzt in die pause was ist jetzt zeit viertel vor dass ich mal kurz was checken und bis um 10 bist du wieder hier und sowas um den dreh schätze ich mache um neun meinte ich was klicken jahrzehn ist eine gute angabe wahrscheinlich vorziehen aber ja das wäre eine gute angabe dann gehe ich jetzt nämlich auch sein dann kann ich was essen als daneben bei mir auf tik tok zuschauen ich habe jetzt ich habe jetzt einfach jetzt geantwortet ohne nachzudenken ich hoffe ich dazu kommt beim essen kann ich das schon machen ja ne habe ich nicht du hast geleckt kein anschluss aber jetzt kommen wir ausreden aus dem paulaner garten geschichten aus dem paulaner garten alles gut also tik tok danke euch viel spaß und ja bis später ihr könnt alle mir dann schon um mir zuschauen jetzt so und switch danke fürs zuschauen denjenigen die jetzt auf youtube zu gucken gerne ein abo da lassen oder auf twitch verloren oder beides hier hat man weiter gaming das war uns human bitte was für youtube ich lag die videos immer einem anschluss auf youtube hoch geht also macht es gut bis später wir sehen uns dank euch